Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich. Ihr kennt die Box schon auf meinem Kanal, jetzt habe ich sie wieder zugeschickt bekommen. Und zwar geht es um die Foxy Box. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich dieses Mal hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und da ich die jetzt auch zugeschickt bekommen habe, habe ich jetzt sogar eine zweite zugeschickt bekommen. Das heißt, ich kann eine, nämlich genau diese, also diese, also warte, diese, uah, diese Box, die hier noch eingepackt ist, kann ich an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei und ja, ich wünsche euch ganz viel Glück. Die Foxy Box gibt es monatlich und die kostet zwischen 34,90 und 39,90, je nachdem, was für eine Aboform du wählst. Und dann hast du zwischen 5 und 8, ja, Full-Size-Beauty-Produkte da drin. Was jetzt neu ist, ist, dass die auch ein Beauty-Magazin mit da drin haben. Und zwar ist das das Foxy Mac. Da hast du tatsächlich über verschiedene Influencer auch tatsächlich Artikel drin. Erstmal hier Raffa, Raffas Plastic Life. Ich brauche unbedingt ihren Highlighter, den muss ich mir echt nochmal holen. Dann ein paar Artikel über die Produkte. Melina Selin. Viele Hater sind einfach neidisch. Okay, cool. Ja, das ist auch wohl irgendwie, die kenne ich ehrlich gar nicht. Oh, da gibt es aber eine ganz lange Information über sie. Über die Produkte. Nein, wie geil. Guckt mal, da ist Franka. Frankas Favorites. Leute, wie geil ist das denn? Die ist im Foxy Make mit drin. Wie geil. Herzlichen Glückwunsch, Franka. Finde ich richtig, richtig cool. Hinter den Kulissen, da gibt es da noch ne Info drüber. Mode. Maxime. Yay. Ich feiere den Mann so sehr. Richtig cool. Ich feiere sowas, ne. Wenn dann Leute da drin sind, die du selber abonniert hast und dann sind die hier in so einem Magazin mit drin. Das finde ich so cool. Get your Foxy Box, every girl's darling. Auf myfoxybox.de. Setze ich euch aber auch nochmal alles unten in die Infobox, ne. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. So, jetzt schauen wir aber mal in die Foxy Box rein. Die soll einen Wert von über 100 Euro haben. Und mit dem Code Claudi, den ich euch hier mal einblende, der auch in der Infobox steht, bekommt ihr ein Produkt gratis. Was das ist, schauen wir mal. Die Foxy Box ist echt riesig, ne. Wenn man das hier sieht, dafür ist sie aber hier ganz schön flach. Bin sehr gespannt. Und hier haben wir den Fuchs drauf und das Logo. Finde ich hier richtig hübsch. Das haben die richtig toll gestaltet. Mag ich gerne. Und dann machen wir sie mal auf. Das ist tatsächlich eine Box zum so öffnen. Spricht mich direkt schon an, wenn ich das hier so sehe. Hier haben wir übrigens direkt das Produkt, was du gratis dazu bekommst, wenn du die Box mit meinem Code abonnierst. Ja. Genau. Und zwar von Glimju Glimfresh Toning Essence Spray. Ja, das ist ein Claudi-Produkt, denn ich nutze aktuell Toner als Spray, weil ich es liebe. Es ist so schön, wenn du das morgens verwendest, so als frische Kick, ne. Das ist halt schöner, als wenn du es auf ein Wattepad gibst oder wenn du das auf die Finger gibst und dann so einarbeitest. Sondern es ist irgendwie meiner Meinung nach viel schöner, wenn du es in einem Sprüher machst und dir das dann so ins Gesicht sprühst. Das hier soll ja schon direkt in einem Sprüher drin sein. Finde ich großartig. Fresh Glow to go. Prime Balance and Care. 150ml. Und da ist Lotusblüten-Extrakt drin. Okay. Und Glow ist sowieso meins. Es soll ein Glow schenken und Feuchtigkeit spendend sein und so. Das ist halt auch genau das, was ein Toner hier ausmacht, ne. Ein Toner bereitet das Gesicht auf die nachfolgende Pflege vor. Und das finde ich super. Hier hast du eine schöne Geschichte. Das sieht so süß aus vom Logo, ne. Dieses Glimbio. Finde ich total klasse. Und ja, das sprühst du dir einfach ins Gesicht und kannst dir das dann entsprechend eintapern. Das ist toll. Ich stehe auf Toner. Ich will es riechen. Lotusblüten-Extrakt. Und das ist ein Claudi-Produkt. Ich mag Blume. Ich mag Sprüher. Ich mag Toner. Das ist so ein ganz sanfter, cremiger, blumiger Duft. Oh mein Gott. Ja, ich lieb's. Ich lieb's. Das ist richtig schön. Als nächstes haben wir etwas mit in der Box, was ich feier. Ich habe es so oft, dass ich meine Handtasche einfach irgendwie so, ich schmeiße alles rein und denke nicht groß drüber nach. Und dann hast du dir irgendwann alles vollkommen zugesaut, was da drin ist. Und hier ist etwas, was dagegen helfen soll. Das wird getestet, Leute. Und das kommt dann in mein Aufgebraucht-Video. Sauberkugel mit Taschenreiniger. Zaubert deine Tasche sauber. Entfernt Staub, Flusen, Krümel und Sandkörner aus deiner Tasche. Das finde ich großartig. Das habe ich schon mal irgendwo, ich weiß gar nicht, bei wem ich das mal gesehen habe. Da habe ich mir gedacht, ja geil, brauche ich. Habe das dann aber wieder vollkommen vergessen, dieses Produkt. Habe ich das bei Nicole gesehen? Ich glaube, ich habe das bei Nicole gesehen. Ja, und jetzt habe ich es hier. Das ist eine Kugel. Da ist außen drum zu Plastik. Und da drin hast du so eine Art Flummi, würde ich jetzt mal so sagen. Auch vom, ne, wie das aussieht. Ich glaube, das ist so ein Flummi, weil das dann halt so von der Oberfläche etwas klebriger ist. Dass du quasi die ganzen Fussel und so, dass sich das daran festsetzt. Und dann hast du halt diese Sauberkugel. Ich glaube, die kannst du sogar sauber machen. Also abwaschen einfach. Ist sie verschmutzt, dann halte sie ca. 15 Sekunden unter einen warmen Wasserstrahl und lege sie in die Waschmaschine. Oder lege sie in die Waschmaschine. Die kommt direkt in meine Tasche. Danke. Mega, sie ist pink. Sie passt voll zu meinen schlecht lackierten und ziemlich absplitternden Fingernägeln. Ist das spannend. Wir machen weiter. Und zwar, oh, das ist, oh, das ist eine Glasflasche. The Essence of Africa. Baobab. From Africa. Neu. Großer Sticker drauf. Das sieht aus wie so ein Honigfläschchen irgendwie, ne. Richtig geil auch von der Farbe her. Das soll wohl ein Hautschutzöl sein. Das ist jetzt dieser Neusticker drüber. Oh, da steht irgendwas mit Gegendehnungsstreifen. Ich knibbel mal diesen Neusticker ab. Okay, dieser Sticker geht jetzt nicht so optimal ab, aber ich versuche mal das zu lesen, was da steht. 100% reines Baobab-Öl. Pflegt gestresste Haut, lindert Entzündung und ist gegen Dehnungsstreifen. Finde ich klasse, denn ich habe Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkel-Innenseiten und andere Hubies. Und sowas verwende ich gerne. Abends gehe ich zwar duschen und creme mich da ganz normal nach dem Duschen ein, aber dann dauert das noch vielleicht so vier Stunden oder so, bis ich ins Bett gehe. Dann stelle ich mir sowas gerne an mein Bett und bevor ich mich dann hinlege, werden dann noch die betroffenen Regionen, sage ich jetzt mal ganz blöd, kurz damit eingecremt. Und dann kann das über Nacht einwirken und ja, seine Wirkung vollziehen. Das ist geil, da freue ich mich richtig drauf. Dann habe ich hier etwas von No Makeup. Von No Makeup hatten wir schon mal was in der Foxybox mit drin. Und zwar ist das hier das 3 in 1 Cleansing Gel. Und das ist ein, ja, 3-Phasen-Reinigungsgel, welches dir das Gesicht reinigen soll mit Öl und Milch und Cleanser. Für Poren tiefreiner Haut mit Plankton-Extrakt und ätherischen Ölen aus Orange und Ingwer. Orange und Ingwer sind jetzt eigentlich zwei Geruchsrichtungen, die so gar nichts für mich sind, um ehrlich zu sein. Klärt und pflegt dabei deine Haut sanft und gründlich, ohne zu schäumen. Jo, läuft. Und das ist halt so eine Clean-Cosmetics-Geschichte. Also du hast es ohne Mineralöle, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne PEGs. Das ist vegan und ohne Tierversuche. Also das ist halt wirklich so ein ganz, ganz reines Produkt. Jedenfalls verspricht es die Verpackung. Und auch diese Verpackung sehr rein, sehr, ne? Wie soll ich das sagen? Clean. Und da hier so eine Lady drauf ist, die auch nur noch ein geschminktes Auge hat, gehe ich auch davon aus, dass du es für die, fürs Abschminken auch verwenden kannst. Also nicht nur zur normalen Gesichtsreinigung, sondern auch zum Abschminken. Richtig cool. So, als nächstes haben wir hier ein Schminkprodukt. Und zwar von Belle Hypoallergenic. Ich glaube, das kriegt man im Müller oder auch online bei Rossmann, glaube ich. Und das hier ist ein Waterproof Mousse Eyeshadow. Ich persönlich bin kein Fan von Monolidschan. Und auch kein Fan von so Pöttchengeschichten. Aber ich gebe dem gerne immer mal wieder eine Chance. Was ist das für eine Farbe? 0,2. Das ist halt wirklich so ein Mousse. Sie packt drauf. Warte. Ich wollte es gerade swatchen und hier drauf gehen, aber hier ist noch eine Folie drauf. Oder halt so ein Vieh. Ne? Das ist... Ne, schon mousig. Tatsächlich ja. Ich hätte jetzt so beim ersten Reindippen gedacht, dass es doch recht fest ist. Aber nee. Definitiv nicht. Das ist eine wundervolle Farbe. Oh mein Gott. Oh, wenn die dann noch wirklich hält, dann ist es auch was für mich für den Alltag, ne? Sonst bin ich ja eher so, dass ich Angst habe, dass man... Ich habe Schlupflider, ne? Dass man das in die Schlupflider reinrutscht oder so. Das finde ich dann etwas unschön. Ich kann jetzt ja mal ein bisschen was nehmen. Ich meine, jetzt habe ich schon geschminkte Augen, aber ich kann es ja hier mal so drüber setzen. Oh, der verstärkt das schon, ne? Der bringt den Lidschatten schon stärker zur Geltung, muss ich sagen. Weil der auch mehr Schimmerpigmente drin hat, als der, der vorher drauf war, glaube ich. Und das jetzt so innen aufgegeben. Finde ich nett. Doch, man sieht da schon so ein bisschen was, ne? Ja, wenn ich jetzt quasi keinen Lidschattenlook schon so drauf hätte, sondern das Mono aufgegeben hätte oder vielleicht den in der Mitte und außen dann mit Bronzer. Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut machen. Wird im Alltag getestet. Weil es geht einfach schnell, wenn du es eben mit dem Finger wusch, 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 wusch. Und wenn es dann nicht in die Lidfalte rutscht, dann feiere ich das, ne? Aber das muss halt wirklich getestet werden, weil ich auch einen nicht so wenig stressigen Alltag habe. Dementsprechend, ja, mal gucken, ob es das überlebt. Hier haben wir noch etwas von The Essence of Africa. Und zwar ist das ein Anti-Aging-Öl. Auch hier wieder in einem Glasflakon. Und hier waren sie schlau. Hier haben sie noch einen Sticker draufgeklebt. Kann man das nämlich... Oder? Ne. Ich gucke mal, ob ich das... Ich halte es mal so gegen das Licht. Also. Verlangsamt die Zellalterung, verfeinert die Hautporen und reduziert die Faltentiefe. Das ist ein Anti-Aging-Öl. Moringa. Jo. Dieses Moringa-Öl ist 100% natürlich und ohne Zusatzstoffe. Es ist ein Zeichen der Qualität, wenn Moringa bei Temperaturen unter 20 Grad fester wird. Ja. Ne. In diesem Zimmer ist es auch gerade nicht allzu warm gewesen, bevor ich reingekommen bin und hier alles kerzenmäßiger angemacht habe. Ein Anti-Aging-Öl. Sehr, 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 sehr spannend. Ist das für Körper oder ist das für Gesicht? Weiß ich nicht. Weil 100ml Öl fürs Gesicht ist natürlich schon mal eine Ansage. Aber ich glaube eher, dass das für den Körper ist, ne? Ja. Sagen Sie mal, dass das für den Körper ist. Last but not least haben wir etwas Wundervolles hier drin. Ich mag Hairdoktor. Ich habe von Hairdoktor auch schon mal Produkte zugeschickt bekommen und sie getestet. Ich habe auch ein Produkt von Hairdoktor bei mir in meinem Spiegelschrank stehen. Und hier habe ich wieder ein Produkt von Hairdoktor drin. Und in der Foxybox hast du immer wieder Produkte von denen drin. Ach, richtig cool. Das ist ein Hairdoktor Booster für Wachstum mit innovativer Kapseltechnologie bei Haarausfall und dünner werdendem Haar für Frauen und Männer. Und ja, feiere ich. Feiere ich richtig doll. Weil ich habe öfters mal hier so Babyhärchen natürlich. Und das liegt halt daran, dass Haare ab und dann ausfallen. Wenn man so ein Zopfträger ist, wie ich das bin, dann hast du das mit der Zeit, dass dir vielleicht auch mal die Haare so ein bisschen ausfallen. Und hier hast du drei Wirkstoffe drin, die ganz besondere Eigenschaften haben. Einmal ist das Baikarpil und das soll das Haarwachstum stimulieren. Dann hast du Follikusan, was du als Prophylaxe irgendwie dann hast. Und Koffein, was die Energieversorgung anregen soll. Okay, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Und dann machst du dir dann einfach 20 bis 25 Tropfen, wow, auf die Kopfhaut. Täglich? Leave-in. Okay, das muss ich wirklich mal testen. 20 bis 25 Tropfen täglich. Das ist heftig, oder? Ja, das sieht auch richtig so aus wie so ein Produkt für Haarwachstum wegen diesem Vieh hier oben, finde ich. Wichtig ist für mich auch immer der Duft. Wenn das stinkt, dann gebe ich mir das nicht auf meine Haare. Nee, das riecht tatsächlich unisex, also auch wirklich für Männer und Frauen geeignet. Und so friseurmäßig, aber nicht so aufdringlich. Das mag ich gerne. Ich werde das testen, Leute. Ich werde es wirklich testen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß zwar nicht, wie ich hier wirklich die 25 Tropfen dosieren soll, aber wir kriegen das schon hin. Ach, guck mal, und das soll sogar tatsächlich die Schuppenbildung auch verringern. Richtig geil. Doch, das wird getestet, das finde ich cool und da werde ich auch in meinem Aufgebraucht-Video von berichten. Jetzt wahrscheinlich nicht von diesem Monat, weil ich das so in zwei Tagen abdrehen werde. Auch wenn wir schon März haben, ja. Aber das Aufgebraucht für März oder für April wird dann wahrscheinlich da mit diesen Produkten sein, weil ich kann jetzt auch nicht super schnell die Sachen aufbrauchen. Mega geil. Leute, die Box hat mir richtig gut gefallen. Also wir hatten so einen schönen Mix aus vielen verschiedenen Produkten, finde ich. Also von Kopf bis Fuß bist du quasi gepflegt und dezent geschminkt, eben mit diesen Monolidschatten, wo ich mich jetzt in letzter Zeit doch ein bisschen öfters dran traue. Jetzt gerade im Winter funktioniert das auch ein bisschen besser, weil meine Lider dann nicht so ölig sind. Und dann hält das halt auch einfach, ne? Aber genau, ja, dann hast du auch noch so ein bisschen Lifestyle mit dieser Sauberkugel mit dabei gehabt. Also ich muss wirklich sagen, dass ich den Inhalt der Box sehr, sehr cool fand und sie empfehlen kann. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Foxybox, die ich hier zugeschickt bekommen habe und euch zeigen durfte. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!